Spielt sich etwas komisch. Erstmal reinkommen. Okay. Dankeschön. Erstmal, wie gesagt, drauf klarkommen hier. Ich glaube, hier drin kann man looten, oder? Mit F, okay. Ich habe einen Red Dot und eine SMG. Und ich lade nach. Okay, soweit so gut. F1, F1, F2, F3, was? I? Tab? Oh, Strip? Mir fehlt gerade die Vokabel. Alter. Oh, acht mal, Scope. Noch eins. Ich hatte es doch gerade. Wo ist denn jetzt das Scope? Ich habe doch keine Ahnung. Ich glaube, das geht einfach nur nicht auf die Waffe. Okay. Noch sind wir in der Green Zone. Das ist ja schon mal viel wert. Laser. Okay, der ist dann auch direkt an der Waffe. Anscheinend. Okay. Polovisier. Okay. Kann ich das denn jetzt F2? Ja, okay. Das geht. Also geht F1. Aha, alles klar. Okay. Ah, okay. Das sind sozusagen so schnellen Wechsel-Shortcuts. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Kann ich die nicht... Kann ich die... Wie kann ich die Waffe droppen? Okay, da muss ich die so rausziehen, Alter? Vielleicht gibt es auch noch einen Shortcut. Alter, das ist ein bisschen laggy noch, ey. Ich meine, klar ist Early Access. Noch nicht mal. Was ich ziemlich geil finde, ist, dass es First Person Only ist. Ja, der Sound geht klar, finde ich. Das ist cool. Mir gefällt das Anti-Lasing nicht. Das sieht mir zu weich gezeichnet aus. Da werde ich auf jeden Fall gleich mal was abchecken hier noch. Ob man da was ändern kann. Oh, da ist einer. Hat er mich gesehen? Oh, what? In der Lobby ist Gun Game? Junge, wie geil ist das denn? Oh, Alter. Instant SMG? Äh, Quatsch. Assault Rifle, meine ich. Nicht SMG. Alter! Letzter Schuss, ey. Alter Vater. I need to heal myself. Yeah. Das Game ist voll geil, Alter. Ohne Scheiß, ey. Das macht Bock. Ohohohohoho. Nice. Nein. Nanomets Mall. Ja, sowas hätte ich gerade noch gebraucht. Nee. Ähm. 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 Ach nee, Moment. Wait. Ich glaube, das waren... Nein, okay. Das waren wirklich Schüsse. Alter, kipp doch um! Blasenfield? Blasenfield? Safe Zone, indicated. Alter, what the fuck? Wie viel hält denn der aus? Wie geil du die hier weg snipen kannst an der Burg? Ich muss mal gucken. Ich höre nichts. Ich hoffe, das geht. Alter! Wo zum Teufel kam der her? Ähm. Okay, jetzt... Das ist halt immer so ein bisschen... Äh, Strip? Strip. So. Ähm. Die kann ich jetzt weg. Dafür habe ich die. Ähm. Und kann da jetzt das drauf machen? Und den Schalldämpfer habe ich da schon drauf? Oder wie? Nano Medikit Small. Okay. Es ist voll krass, dass man kein Inventar hat, sondern dass man die Leichen so looten muss. Das war kein Hit? Alter, ey. Uuuuh. Naja. Er steht wieder in der Zone. Das ist wieder so ein Typ. Dem ist halt scheißegal, ob die Zone kommt. Das ist doch kacke. Das ist doch eine Scheiße, Alter. Dritter. Scheiße. Ein Kill. Wow. Ernsthaft? Alter, der ging in die Fresse. Willst du mich verarschen? Alter, er ging in die Fresse. Ich spiele auf EU-Servern. Ich spiele auf EU-Servern. Kannst du... Nein. EU. EU-Server. Der erste, den habe ich komplett versemmelt, aber den zweiten habe ich geaimt und der hat getroffen. Das ist doch schon mal viel wert. Extra Capacity. Dann gib her. Hat der Typ nicht sogar so ein Schild? Das habe ich gar nicht mitgenommen, ne? Treffer. Nachladen wir eine Option, wa? Schwierig. Alter, wenn das irgendwann richtig schön flüssig läuft, dann kannst du richtig geile Shots, glaube ich, mit hinkriegen. 20 Überlebende noch. 20. Plasma-Field-Poast. Plasma-Field-Poast. Ich liebe es, Alter. Du musst schon echt ordentlich hingucken, ne? Das macht das Looten so ein bisschen schwieriger. Plasma-Field ist jetzt aufwärts. Avoid-hazarder-Zone at all costs. Fünf. Nein! Nein! Die gute Runde und das Game kackt ab. Nein! Ah, Mann! Dein Ernst? Meine Fresse. Kann ich? Oh, geil, Alter. Ich kann das Schild wieder wegpacken. Und dann bin ich nicht mehr so leuchtend. Gerade jetzt, wenn ich einen Sniper habe. Ist das, glaube ich, um einiges cooler, oder? Alles nur Schrotflinten-Munition, Alter. Was soll das denn, ey? Alles gut, Mann. Wir sind drin. Die Stimme ist beruhigend und bedrohend zugleich. Voll geil. Ich glaube, da war was, oder? Oder? Die Waffen klingen echt männlich. Ich glaube, da war was, oder? Wo ist der Typ? Wo? Im Haus? Im Haus? Ich muss move'n, ey. Ansonsten habe ich gleich echt ein ordentliches Problem. Never-Ending-Love-Story in so Games, Alter. Hauptsache ein Problem mit der verdammten Zone. Immer. Du Arschloch. Oh, Alter. Ähm. Die Zone kommt. Die Zone kommt. Fuck. 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 Das war's für heute. Scheiße, 10 HP noch. Du Arschloch, ey. Aua. Oh fuck, 7. 7 HP. Nein, 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 nein. Nein, uh, 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 uh. Ich hab noch 7 HP, was soll ich denn jetzt tun? Oh mein Gott. Yo.